Hallo? Jeder Bewohner von Corilis, der sich eines Verbrechens schuldig macht, hat sich umgehe, bei Loth André zu melden. Geh nach Hause und lass uns unsere Arbeit machen. Wir passen schon auf die Stadt und ihre Bürger auf. Willst du noch ein Bier? Es geht doch nichts über ein kühles Pilz. Wenn er das nicht sieht, kann ich mir auch nicht mehr helfen. Er war doch eigentlich Kühlgedichte. Du wolltest gerade was über die Orks erzählen. Ach ja, richtig. Die Orks sind überhaupt keine Bedrohung für die Stadt. Die sitzen im Minental fest und der Pass wird von den Paladinen gehalten. Da kommt nicht mal eine Fleischwanze durch. Glaubst du wirklich daran? Hört ihr Bewohner von Corilis. Auf ausdrückliche Anordnung des Ehrenwertmortagens, der geht folgender Erlass. Verdammt, nichts wie weg. Grund der allgemeinen Lage zu eurem eigenen Schutz sind die Wälder und Wildnis in der Umgebung der Stadt zu meiden. Des Weiteren ist jeglicher Kontakt zu den aufständischen... Offenbar hat er das gerollt. ...in den umliegenden Gebieten strengstens untersagt. Was ist der hin? Da. Ich bin nur ein armer Schlucker und versuche irgendwie über die Runden zu kommen. Was bleibt mir denn anderes übrig? In der Stadt finde ich keinen Job. Okay, verstehe. Verschon dich mit deinem Gejammer. Du gibst mir jetzt Joras Gold. Hier hast du die Kohle, Mann. Aber jetzt lass mich laufen. Ich tue es auch nie wieder. Ich sollte dich der Miliz übergeben. Was willst du denn noch? Ich hab nichts mehr. Lass mich laufen, Mann. Warum sollte ich das tun? In der Stadt ist es immer gut, die richtigen Leute zu kennen und es sich nicht mit ihnen zu verderben. Ich könnte ein gutes Wort für dich einlegen. Mehr kann und werde ich dir dazu nicht sagen. Der Rest liegt an dir. Zieh Leine und lass dich hier nicht mehr blicken. Das wirst du nicht bereuen. Danke, Mann. Ich meine, dass es auch wirklich hilfreich war. Warte mal. Na, geht's dir gut? Was willst du denn noch? Ich hab nichts mehr geklaut. Ehrlich, Mann. Ich wollte ja nur hören. Sind doch jetzt Freunde. Hey, du hast hier nichts zu suchen, klar? Wer bist du? Das geht dich nichts an. Ich bin hier der Chef, okay? Der Chef? Von was? Von den Kisten? Hey, das Lagerhaus. Und das steht meiner Aufsicht, klar? Also verpiss dich. Sonst schlage ich dir den Schädel ein. Okay. Ist hier denn nicht irgendwas Interessantes? Es scheint ein paar fliegen. Es scheint echt gar nichts zu sein, wa? Oder dass er ein bisschen buggy durch die Kisten läuft. Aufgrund der allgemeinen Lage zu eurem eigenen Schutz sind die Wälder und Wildnis in der Umgebung der Stadt zu meiden. Des Weiteren ist jeglicher Kontakt zu den verständlichen Bauernschaften. Ich hätte jetzt echt erwartet, dass hier irgendwas zu finden wäre. Hey! Entschuldigung. Jetzt habe ich auch echt Sorge gehabt. Der wird mir da festhängen. So, kann man da irgendwo rein? Speicher mal. Jetzt weiß ich das nicht mehr auf die Kette. Ich meine, da kann man irgendwie rein und da war da irgendwas drin. Vielleicht sogar der Bogen oder so. Oh, der ist ein Halter. Einfach mal so auf dem Dach. Bürgerin, Bürger. Eigentlich nur Aufgaben. So gesehen, suche ich nichts Besonderes. Das ist hier irgendwie. Es ist so dunkel, aber es sieht alles so aus. Einfach mal nehmen. Was suchst du hier? Geh! Du hast hier nichts zu suchen! Können wir doch nicht reden! Kluges Kerlchen. Also so freundlich heute. Das ist ja schrecklich. Hey! Verdammt, was ist los? Wie sieht's aus? Wie viel willst du? Was heißt wie viel? Ich bin der Geldverleiher und du kommst zu mir. Was wirst du schon von mir wollen? Geld natürlich! Leih mir Geld. Klar. Wie viel willst du haben? Ich berechne 20 Prozent. Krass. Er redet einfach zu viel. Ich überleg's mir nochmal. Was denn jetzt? Verschwende nicht meine Zeit! Okay, das ist einfach nur Bürgerin. Ich will doch keiner mehr hören. Was hast du hier zu... Was hast du hier zu suchen? Mann, ich will doch nur reden. Kluges Kerlchen. Ah, komm, gehen wir zu Laris. Es ist doch einfach zu spät hier. Hey, Laris! Ich werd verrückt. Was machst du denn hier? Einige Probleme erledigen sich von selbst. Hey, Lars! Alter Gauner! Wie bist du hierher gekommen? Ich konnte gerade noch rechtzeitig aus dem Minental fliehen. Zusammen mit Lee und ein paar anderen Jungs. Du kannst dich dann noch an Lee erinnern, oder? So, wie ich es gehört. Natürlich kenne ich Lee noch. Ich bin damals mit ihm aus der Kolonie abgehauen. Kurz nachdem die Barriere zerstört wurde. Er ist jetzt mit seinen Jungs auf dem Hof von Onar, dem Großbauern. Er hat einen Deal mit dem Bauern gemacht. Er und seine Jungs verteidigen den Hof und Onar füttert sich dafür durch. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Ich hätte das nicht gemacht. Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. Man erzählt sich ja so einiges. Meine Meinung will ja keiner hören. Glaubst du wirklich? Ich wäre mir da nicht so sicher. Glaubst du wirklich? Das hat er wirklich nicht verdient. Ich kann das nicht mehr hören. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Ich kann das nicht mehr hören. Das höre ich zum ersten Mal. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Genau das habe ich auch gesagt. Die Probleme habe ich kommen sehen. Was sind da alles mit Gerüchten? Wir können nur abwarten. Ich kann das nicht mehr hören. Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. Der arme Kerl kann einem leid tun. Das hat er wirklich nicht verdient. Man muss eben aufpassen, was man so rum erzählt. Von mir hatte das nicht. Glaubst du wirklich? Ich habe so einiges gehört. Es gibt doch nur noch mehr Ärger. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Das sind alles nur Gerüchte. Warum hört eigentlich keiner auf mich? Möglich ist alles. Von mir hatte das nicht. Man muss eben aufpassen, was man so rum erzählt. Das hat er wirklich nicht verdient. Man muss eben aufpassen, was man so rum erzählt. Sag nicht, das hast du nicht gebost. Ich kann das nicht mehr hören. Ich habe so einiges gehört. Warum erfahre ich das jetzt? Es war genauso, wie du sagst. Das liegt doch auf der Hand. Davon lasse ich lieber die Finger. Das gibt doch nur noch mehr Ärger. Wo hast du das denn schon wieder her? Es gibt doch nur noch mehr Ärger. Warum hört eigentlich keiner auf mich? Mich fragt ja keiner. Die Probleme habe ich kommen sehen. Glaubst du wirklich? Ich habe so einiges gehört. Das sind da alles nur Gerüchte. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Einige Probleme erledigen sich im Moment. Das hat er wirklich nicht verdient. Das sind da alles nur Gerüchte. Das höre ich zum ersten Mal. Der arme Kerl kann einem leid tun. Ich wäre mir da nicht so sicher. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Ich muss unbedingt mit den Paladinen reden. Was willst du denn von denen? Sie haben ein mächtiges Amulett. Das Auge Innos. Ich muss es haben. Und du denkst, sie werden es dir geben? Du kommst ja nicht mal ins obere Viertel. Ich werde schon einen Weg finden. Klar, wenn du dich bei den Bürgern einschmeicheln oder Laufbursche für die Miliz spielen willst. Weißt du, warum die Paladine hier sind? Das weiß keiner so genau. Viele denken, es wäre wegen der Orks. Aber ich denke, es gibt einen anderen Grund. Das hat wahrscheinlich was mit der alten Strafkolonie zu tun. Die brauchen halt immer noch Erz, ne? Erzähl mir mir über Lee und seine Söldner. Was willst du wissen? Ich wäre mir da nicht so sicher. Wie komme ich zum Hof des Großbauern? Es ist ganz einfach. Du gehst aus dem Ost-Tor der Hafenstadt und dann immer auf dem Weg in Richtung Osten. Ich kann dich hinbringen, wenn du willst. Das liegt doch auf der Hand. Warum bist du nicht bei Lee und seinen Söldnern? Bin ich doch. Nur eben nicht auf dem Hof. Ich bin sozusagen unser Vorposten in der Stadt. Wir wollen ja schließlich nicht, dass das Schiff ohne uns abfährt. Von welchem Schiff hast du geredet? Es liegt am Hochseehafen, hinter den Felsen. Lee und ein paar von seinen Leuten wollen unbedingt hier weg. Aber das kann noch dauern. Warum? Das fragst du am besten Lee, wenn du ihn triffst. Er hat Pläne. Erzähl mir mehr über die Söldner. Also wenn du noch so ein harter Junge bist wie damals, solltest du mit ihnen keine Probleme haben. Die meisten von ihnen sind Raufbolde. Und wer sich nicht durchsetzen kann, kommt auch nicht weit. Wenn du zart beseitet bist, hast du keine Chance, bei ihnen zu landen. Hatte das nicht. Wer erzählt denn sowas? Vatras schickt mich. Er sagt, ich soll zu dir kommen, wenn ich Hilfe brauche. Ach, bei Vatras warst du also auch schon. Du musst ja einen bleibenden Eindruck bei ihm hinterlassen haben. Sonst hätte er sicherlich nicht so bereitwillig meinen Namen genannt. Vor allem nicht, weil die Sache mit den verschwundenen Leuten immer noch nicht geklärt ist. Sag mir, was du brauchst. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Meine Meinung kennst du ja schon. Wegen der verschwundenen Leute. Erzähl mir, was du weißt. William, einer der Fischer hier in Korinis, war der Erste. Eines Tages kam er einfach nicht mehr nach Hause. Erst hatten wir vermutet, dass er mit seinem Boot draußen auf dem Meer einem dieser Seeungeheuer zum Opfer gefallen ist. Aber kurze Zeit später verschwanden noch mehr Bewohner der Stadt und Umgebung. Es scheint jedoch keine Methode dahinter zu stecken. Bisher sind alle völlig ratlos. So wie es aussieht, müssen wir abwarten, bis wir über einen Hinweis stolpern. Ja, das kann dauern. Man kann auch viele Leute verschwinden bis dahin. Ist die Sache nicht eine Angelegenheit der Miliz? Die Miliz hat auch nichts drauf, wenn du mich fragst. Die kommen nie dahinter. Die verschwundenen Leute sind wie vom Erdbooten verschluckt. Vatras gab mir dieses Ornament für dich mit. Er sagt, er soll zurückgebracht werden. Ach, natürlich. Es bleibt mal wieder an mir hängen. Hätte ich mir ja denken können. Ich muss damit über die halbe Insel rennen, um es den Wassermagiern zu bringen. Ich werde das Ornament für dich hinbringen. Ich glaube, es ist besser, wenn ich es selbst überbringe. Aber du könntest mich begleiten. Doch ich komme hier im Moment nicht weg. Ich muss den Hafen im Auge behalten. Was genau machst du hier im Hafen? Darüber kann ich nicht reden. Vatras würde mir den Kopf abreißen. Vatras sagte, du könntest mir helfen, mich einer Gemeinschaft anzuschließen. Keine Lust, den Leuten ihren Arsch hinterher zu tragen, was? Alles klar. Ich verstehe, was du meinst. Ich kann meinen Einfluss bei den Söldnern geltend machen, wenn du dich Lee anschließen willst. Sicher werden wir auch einen Weg finden, dich schnell im Kloster unterzubringen. Aber das Einfachste ist es sicherlich, wenn du dich der Miliz anschließt. Welche Gemeinschaft ist dir lieber? Äh. Stopp, Miliz. Warte hin. Was hast du eigentlich mit Vatras zu schaffen? Ich habe da so ein kleines Abkommen mit den Wassermagiern, verstehst du? Was für ein Abkommen? Wir arbeiten für sie und sie sorgen dafür, dass wir keine Probleme aufgrund unserer Vergangenheit in der Sträflingskolonie haben. Du redest vom Ring des Wassers? Du hast schon davon gehört? Vatras hat mir davon erzählt. Sag das doch gleich. Und das wird noch viel schlimmer. Erzähl mir mehr über den Ring des Wassers. Der Ring ist für die Wassermagier das, was die Paladine für die Feuermagier sind. Aber im Gegensatz zu den Paladinen arbeiten wir im Hintergrund. Der Ring ist eine mächtige Waffe im Kampf gegen die Gefahren, die den Menschen von Korinis drohen. Aber das kann nur funktionieren, wenn wir geheim halten, wer alles zum Ring des Wassers gehört. Deshalb erhalte die Sache für dich. Klar. Ich will mich dem Ring des Wassers anschließen. Das ist gut. Aber die Entscheidung darüber, ob du aufgenommen wirst, liegt einzig und allein bei den Wassermagiern. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Das ist ja schrecklich. Verstehe. Was genau machst du hier im Hafen? Ich mache das, was alle von uns tun. Ich erledige die Aufgaben, die mir die Wassermagier auftragen. Einige der vermissten Leute sind Fischer. Sie sind mitsamt ihren Booten verschwunden. Deswegen stehe ich hier und beobachte den Hafen. Vielleicht tut sich da noch was. Aber du kannst mir helfen. Pass auf. Ich gebe dir meinen Aquamarienring. Er ist das Erkennungszeichen des Rings des Wassers. Wenn du meinen Ring trägst, werden die anderen von uns erkennen, dass du für mich unterwegs bist. Besorg mir eine Ablösung, damit ich das Ornament zurückbringen kann. Einer von uns hält immer den Marktplatz im Auge. Ich weiß aber nicht, wer das im Moment macht. Sprich am besten mit allen, die dort rumstehen. Wenn der richtige Mann meinen Aquamarienring an deinem Finger sieht, wird er sich dir zu erkennen geben. Sag ihm, dass er für einen Ersatz hier am Hafen sorgen soll. Kannst du mir was beibringen? Klar. Wenn du willst, helfe ich dir geschickter und stärker zu werden. Stärker. Das wäre ganz gut. Bring mir was bei. Er arbeitet auch dem Ganzen. Ich hab was anderes. Das war eine Bierwitze. Ich hab es hier ab. Ich hab es, keine wichtiger Hay Sowen sorgen. Ich hab es euch nicht speeds was. Dann gehen die Menschen versicherung in den hazardousen Ernst. Und ich hab gesagt es, wie viele Menschen aus头chen. Ich hab sie die Menschen aus. Ich bin, ich bin froh.